Jo, da sind wir wieder bei Kingdom Hearts. Aufhören, ich hab's gemacht. Ich war wirklich ein Pixel davor, bevor ich das Gebiet betreten hab. Ich hab's drauf. Oh ja, wir hatten eine Abmachung, nicht wahr? Zeit für einen kleinen Abstecher in die finstere Welt der Herzlosen. Wir können das Schlüsselloch nicht finden. Das Schlüsselloch ist nicht hier. Was? Oh, wir bekommen Gesellschaft. Ihr kommt leider zu spät, meine Süßen. Und weg. Vater. Der Dreizack. Wir müssen ihn zurückbekommen. Kommt, gehen wir. Wohin? Wartet. Ich komme mit euch. Mein Vater ist verletzt und das ist meine Schuld. Ich muss Ursula stoppen. Ich werde dich trotzdem nicht kämpfen lassen. Ganz recht. Ich werde dir folgen, Ariel. Ich werde dich auch nicht kämpfen lassen. Der Zauberkessel verleiht Ursula übernatürliche Kräfte. Um Ursula zu besiegen, musst du mit Magier ihren Zauberkessel vernichten. Okay. Ich kann hier nochmal speichern gehen. Wenn wir schon noch dabei sind. Ich muss sogar einen Moment warten, bis ich voll geheilt bin auf den Dingern. Ich meine, es ist einfach instant geheilt und fertig. Aber anscheinend nicht. Jetzt muss ich mir Ursula finden. Wo ist sie denn eigentlich? Palastrofehler sicher nicht. Was ist das denn? Die tragen den Fisch? Oh, da hat er aber viel Geld gebracht. Wenn ich das alles einsammeln würde. Was ist das denn? Ein High Potion. Oh, nice. So, suchen wir jetzt erstmal weiter nach Ursula. Ich sage, hier ist sie nicht. Oh. Nein. Suchen wir auch ein Meeresgebirge mal nach ihr. Hallo. Wurde auch irgendwie gesagt, ich sollte mit Kontern auch irgendwie besser anlernen zu arbeiten. Was ist das denn? Ach, Stopp ist das, was Donald da gemacht hat. Aha. Nein, ich möchte nicht in den Palastrofe rein. Ich möchte das Item da haben. Ich möchte nicht diese Muschel da unten anvisieren. So, ich habe da so eine Idee. Wow. Wieder mit der große. Wow. Der ist aber tief gefallen gerade. Durch Gravitas. Wow. Das war gut ausgeglichen. Auch wenn es Zufall war. So, komm her. So, du bist der Letzte. Also, ich sollte irgendwie mit Kontern besser arbeiten oder so, hat man mir auch gesagt. So, jetzt möchte ich mal kurz runter. Danke. Ich möchte eben mal was gucken an einer Stelle. Wo ich eventuell vermute, dass ich weiter kann. Kann ich hier irgendwie rein? Ja. Wo? Bist du es wieder, Hai? Nee, jetzt ist er weg. Gut. Nee, komm. Ich warte einfach im Moment. Jetzt. Ich glaube, er schwimmt einfach über mir die ganze Zeit. So, komm ich da jetzt irgendwie dran. Was ist denn das überhaupt? Stein? Ein Buch? Da hinten ist er. Mal sehen, muss ich vielleicht hier irgendwie noch mal ins Schiff rein oder so. Oh, hier sind sogar Gegner diesmal. Ja, danke. Von so einer großen Entfernung sehe ich auch alles perfekt. Da ist eine Truhe. Da können wir erstmal übersehen. Hallo, ich treffe dich, oder nicht? Danke. Nein, nicht runter. Hoch. Nicht hoch. Und meine runter. Ach, egal. Mitrilärz. Boah. Verlassen. Du siehst mich nicht. Ich sehe dich nicht. Und wir sind alle glücklich. Folgt er mich gerade? Was ist das hier eigentlich? Mach mal hier die Sachen kaputt oder so. Geht doch sicher. Nein, geht nicht. Okay, dann verkloppe ich dich einfach so. Einfach, weil es Spaß macht, verkloppe ich dich jetzt. Oh cool, Maximum AP hoch. Na gut, dann gehen wir hier wieder. Wo sind wir jetzt nochmal raus? Da. Na gut, das hat jetzt eigentlich nichts gebracht, hierher zu kommen. Ähm, ja. Ich habe ein paar Maximum AP bekommen. Zwei Stück kann ich ausrüsten. Nichts wirklich Gutes dabei. Und aufwärts. So, wohin nun? Vielleicht hat Fabius einen guten Rat, wenn ich das nicht wirklich glaube. Kann ja nicht schaden, mal zu fragen. Okay, wir versuchen den längsten mal verklopfen. Ja. Und wie komme ich da weiter? Obwohl, kann es ja nicht sein, dass ich da irgendwie eine Magie benutzen muss da drauf? Weil ich muss ja auch Magie benutzen, um an Ursula dran zu kommen. Hm, ich gehe nochmal da hin. Da lang. Ich gucke mal eben, was da drauf ist auf dem Brocken. Immer schön tief schwimmen, damit der Hai uns nicht sieht. Was soll das für ein Zeichen sein? Nein, nicht da. Hier soll es angreifen. Ich verstehe nicht ganz. Das bringt anscheinend nichts. Das auch nicht. Nö. Nö, hat alles nichts gebracht. Hm, ja. Ist der Hai immer noch hier? Was? Wo ist hin? Der Hai ist weg. Kann ich hier nach oben schwimmen? Nein. Da ist es wahrscheinlich nur zur Meeresströmung. Jo, da möchte ich nicht lang. Ich muss ja wissen, wie ich da dran komme. Ah. 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 Ja, das geht auch. Geysir des Bösen. Klingt ja schon mal nett. Nicht. Deswegen einfach nochmal anreden können. Aber nein. Ich werde auch gedacht, dass da Sebastian einfach mal so eben durch kann. Naja. Gehen wir mal weiter. Äh. War das hier so? Ja. Ja. Meeres-Schlund. Ach, das sieht doch nach Ursulas Versteck aus. Finde ich. So, komm her. Ach, an die Dinger kann ich mich auch noch erinnern. Ähm. Bräuchte jemand gerade eins? Ja, das sehe ich gerade so schön fallen. Ähm. Ich bräuchte einen Potion. Braucht jemand Äther? Wäre nicht schlecht, wenn Donald eins bekommen würde. So. So, halbwegs ein bisschen geheilt. Gehen wir zu Ursula. Ja. Deine Zeit ist gekommen. Ja. 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 Ich muss da irgendwie was drauf einsetzen oder so? Ne, muss ich gar nicht, ich kann sie einfach angreifen. Wow. So, du bist einfach nur K.O. Deiner ist auch K.O. Sie macht wieder ihren Todeskreisel. Aua. Sag mal, hör auf mit deinem Todeskreisel. Ich kann wirklich nichts tun. Moment. Ich hab da hinten was gesehen. Achso, das ist nur der Spiegel. Ah, Moment. Ich hab ne Idee. Ich hab' ne Idee. Ich hab ne"? Ja.